Sweetie-Dos von Niki Die Sweetie-Dos von Niki, das sind neun verschiedene süße kleine Plüschfiguren. Alle Sweetie-Dos haben ein verstecktes Symbol, das durch UV-Tageslicht sichtbar wird. Wenn zwei Sweetie-Dos das gleiche Symbol haben, leben sie gemeinsam im selben Haus in Do-Will. Die Sweetie-Dos können mit einem modischen Bändchen am Arm getragen werden. Auch die Bändchen haben ein verstecktes Symbol, das durch UV-Licht sichtbar wird. Wenn die Symbole zweier Bändchen identisch sind, dann sind sie beste Freundinnen, so wie du und deine Freundinnen. Sammle alle Sweetie-Dos und kombiniere oder tausche sie. Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten, aber das Einhorn ist das seltenste von allen Sweetie-Dos. Und weil alle vier Symbole auf seinem Armband sind, kann es mit jedem anderen Sweetie-Dos befreundet sein. Die Sweetie-Dos, das sind süße kleine Sammeltierchen in Niki Plüschqualität. Sie bieten Überraschung, Sammel- und Spielspaß. Man kann sie kombinieren und tauschen. Sie sind ein modisches Accessoire und ein Zeichen von Freundschaft. Im Blind-Pack sind enthalten ein Sweetie-Dos, ein modisches Freundschaftsarmband und ein Sammelposter. Die Sweetie-Dos von Niki.